Warum für Sie als Pflegeunternehmen das Thema Employer Branding heutzutage wichtig ist. Mein Name ist Max Grinder, Inhaber und Geschäftsführer der FM Recruiting. Wir haben in den letzten vier Jahren über 300 Pflegeheime, Pflegedienste, aber letztendlich auch Kliniken betreut im Thema Employer Branding, aber auch im Thema Mitarbeitergewinnung. Wir werden letztendlich immer wieder damit konfrontiert, ob das Thema Employer Branding, gerade bei der Spezifikation Mitarbeitergewinnung, eine Rolle spielt. Und auf das Thema wollen wir einfach heute mal so ein bisschen darauf eingehen, warum das wichtig ist, was das auch für einen Effekt hat und wie Sie das letztendlich als Arbeitgeber auch wieder nach vorne bringen kann. Sie werden sich vielleicht fragen, okay, Employer Branding, das habe ich schon mal gehört. Auf Deutsch gesagt, ganz plakativ, ist es einfach das Thema Arbeitgeberattraktivität. Ja, das heißt, wie treten Sie als Arbeitgeber in der Region auf, was für eine Außenwirkung erzeugen Sie und was werfen Sie vielleicht auch für ein Bild in die Köpfe der zukünftigen Mitarbeiter. Und wir stellen immer wieder fest, dass das Thema Employer Branding bei vielen Pflegeunternehmen ja nach hinten gerutscht ist. Es hat sich eigentlich niemand darum gekümmert oder wenn sich darum gekümmert wird, dann relativ stiefmütterlich. Ja, und Sie müssen einfach verstehen, dass das Thema Employer Branding mit dem Thema Mitarbeitergewinnung zusammenläuft. Das heißt, es ist wie ein Zahnrad, was letztendlich ineinander greift und es bringt nichts, wenn Sie letztendlich nur im Thema Personalrecruiting gut aufgestellt sind und das Thema Employer Branding hinten runterfällt. Und genauso ist es so, wenn Sie sagen, okay, ich habe Employer Branding im Griff, bin aber im Thema Mitarbeitergewinnung letztendlich schlecht aufgestellt. Das heißt für Sie einfach zu verstehen, diese Themen greifen ineinander. Jetzt sagen Sie vielleicht, okay, Employer Branding habe ich schon mal gehört. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet letztendlich, dass Sie für Pflegefachkräfte, für Ihre potenziellen Bewerber, aber auch für potenzielle Kunden ein gewisses Bild in den Köpfen letztendlich hervorrufen. Und Sie müssen einfach verstehen, dass das Thema Employer Branding einfach dazu dient, Vertrauen zu schaffen. Vertrauen zu schaffen für Sie als Arbeitgeber, für potenzielle Kunden und Mitarbeiter. Das heißt also, dass Sie letztendlich dort im ersten Schritt schon etwas transportieren. Ja, eine Vision, eine Klarheit und vielleicht auch wirklich eine Marke. Das heißt, wenn Sie sich da letztendlich mit beschäftigen, dann sollten Sie auch Strategien wählen, die das Ganze für Sie positiv voranbringen. Ja, das heißt, Sie müssen sich überlegen, okay, wie kann ich denn in meiner Region meine Arbeitgebermarke stärken? Macht es Sinn vielleicht über Offline-Publikationen, egal ob das jetzt in der Zeitung ist, oder macht es vielleicht auch Sinn, dass Sie in, ich sage mal, zentralen Punkten präsent sind? Ja, das heißt vielleicht auch Aufsteller in der Region haben, wo Sie sich als Arbeitgebermarke repräsentieren. Oder macht es vielleicht auch Sinn, Social-Media-Kanäle mit Tagesgeschäft zu bespielen, das heißt also wirklich zu zeigen, okay, was macht Sie denn als Arbeitgeber aus? Wie sieht es denn in Ihrer Einrichtung aus? Oder wie zufrieden sind vielleicht auch potenzielle Mitarbeiter oder letztendlich auch, ich sage mal, Angehörige mit Ihrer Dienstleistung? Und das sind alles viele Faktoren, die für Sie als Arbeitgeber entscheidend sind. Das heißt, dass es nicht nur damit getan wird, dass Sie sagen, ja, ich habe doch eine superschöne Website. Das ist gut und das stärkt Ihre Arbeitgeberattraktivität, aber es ist nicht das Nonplusultra. Das heißt eigentlich, Sie müssen sich überlegen, okay, es gibt mehrere Bausteine, es gibt nicht das eine Tool oder das eine Ding, wo Sie sagen, das macht mich zum Top-Arbeitgeber, sondern Sie müssen sich eine Strategie überlegen, welche Bausteine in Anführungszeichen möchte ich bearbeiten und welche Effekte kann das auch letztendlich hervorrufen? Das heißt, wenn Sie jetzt nicht wissen, okay, ja, Employer Branding klingt grundsätzlich interessant, ich weiß aber nicht, wie und was ich mir ja für Gedanken gemacht habe oder weiß auch nicht, ob ich überhaupt auf dem richtigen Wege bin. Das ist letztendlich unser Job als FM Recruiting. Das heißt, wir sind nicht nur die Recruitingagentur im Markt, sondern am Ende des Tages auch die Partneragentur für das Thema Arbeitgeberattraktivität, weil das eben am Ende in ein Zahnrad greift und deswegen geben wir unseren Kunden permanent Tipps, Tricks, Wege mit auf den Weg, wie Sie das Thema Attraktivität in der Region sozusagen noch steigern können und dann haben Sie einfach den Effekt, dass Sie nicht nur mehr Bewerbungen bekommen oder eben mehr Anfragen, sondern letztendlich auch, ja, ich sage mal, als Arbeitgeber, als wirklich starke Arbeitgeber in der Region wahrgenommen werden und das hat natürlich auch den Effekt, dass der Wettbewerb auch merkt, okay, die stellen sich hier zukunftssicher auf und das ist für Sie natürlich das A und O. Sie wollen sich in den nächsten Jahren zukunftssicher aufstellen, Sie wollen sich keine Gedanken darüber machen, okay, wie kann ich morgen neue Mitarbeiter gewinnen, wie kann ich morgen neue Patienten oder Anfragen generieren und das ist eigentlich ein Thema, wo Sie sich Stand heute für das nächste Jahr vorbereiten sollten. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip Dezember und in Anführungszeichen, Sie müssen sich jetzt einen Plan machen, einen konkreten Plan, Schritt für Schritt, wie wollen Sie das Thema im kommenden Jahr angehen und wenn Sie da letztendlich unsicher sind oder Fragezeichen letztendlich jetzt sagen, okay, ich weiß gar nicht, wie gehe ich das Ganze an, melden Sie sich bei uns auf www.fr-recruiting.de Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Sie letztendlich als Arbeitgeber in der Region so positionieren, dass Sie zukunftssicher aufgestellt sind.